Ich denke an all das, was so schrecklich und schmerzhaft war und mich an diesen Punkt geführt hat. Und es ist unglaublich zu realisieren, dass das einzige Hindernis mein eigener Verstand ist. Mein Kopf steckt fest. Sie sind ein Vollidiot! Und dann bist du unfassbar beleidigt. Was für ein scheiß Narzisst du bist. Seit wann? Seit schon immer. Was stimmt denn nicht mit euch? Gestern war ich noch mit einem Taxi unterwegs zu meiner Arbeitsstelle in einem der besten Krankenhäuser von ganz Manhattan. Heute sitze ich in einem Bus und fahre durch die Pampa.